So, und herzlich willkommen bei Who's Your Daddy. Ja, das ist das neunste Kind überhaupt, was wir hier haben. Und ja, das Ziel ist ganz simpel, das Baby muss sterben, oder das Baby will sie halt umbringen. Und der Daddy, der will sich, der will das halt verhindern. Ha, bald Blaster. Ich hab schon gedacht, dass du jetzt vorher was anderes sagst, weil ich sag Who's Your Daddy und dass du sagst ein What does he do. Das hatte ich schon mal was vorzumachen, aber nee. Lagt. Wo bist du, ich will dich abknallen. Ja, das Baby ist gewalttätig. Fuck life, bitches. Alles zu. Wo kann ich mich umbringen? Am besten nirgendwo, weil das gehört sich nicht für Babys. Ja, ich bin das suizidgefährtes Baby ever. Ich weiß nicht mal, wie man sagen zuschließt. Ich hab da einen Schatten gesehen. Ah, da bist du voll in die Balls. Glaube ich jetzt. Kann man überhaupt Sachen abschließen, als Vater? Ich weiß nicht, aber ich kann nicht abschließen. Nein, du nimmst nicht weg. Nein, du Arschloch, du Blödes. Ich hab einen Ball gegessen. Ich werd dran sterben. Einen Ball hast du gegessen. Ja, wo bist du? Na toll. Kann ich nicht zu dir hinschmeißen. Ich will sterben. Weg mit dir. Ich find schon die Möglichkeit, mich umzubringen. Glaub mal dran. Ich bring mich um. Ich kann da nicht mehr hinlegen, diese Ballmaschine. Weg. Hau ab von mir. Weg. Verrückter Vater. Du versteckst in den Ofen. Wieso sollte ich das tun? Ich bin der Vater, damn it. Kalt dich schlagen? Was haben wir hier? Geh mit deinem Haxen weg. Oh, du bist schuldig. Ich steck dich. Ha, ich bin fast tot. Wieso kann ich nicht die komplette, komplette Ding nehmen? Äh, du bringst mich grad um. Echt? Ja, du bist auf mich gestanden. Ha, ha. Bist du wieder? Deine Vater bringt mich um, mein so ein Sackgesicht weiß. Ah, was haben wir hier alles schönes? Ah, Batterien essen. Und jawoll. Ich hab mich erfolgreich umgebracht. Rematch. Rematch. Ich bin immer gespannt. Äh, yes. Oh. Minus eins. Wo bist du? Äh. Kleiner Scheißer, hey. Und anstatt, dass das Baby leben darf, ich bring das Baby um. Wo bist du? Oh, ich kann schneller krabbern. Komm her. Folge der Musik. Wo bist du? Oh, wo bin ich? Oh, oh, ja. Sehr gut. Hör mal, Arsch. Wo ist das Drecksbaby, hey? Hey, das ist mein Schlafzimmer. Ja, ich mach fast den Glastisch kaputt. Sag jetzt aber nicht, du bist da. Nein. Oh, danke. Äh, du weißt schon, dass du den Ofen anmachen musst. Ha. Du bleibst drin, du scheiß Kind, du. Schau mich nicht zu blöd an. Da. Poster, stirb. Yes. Was? Wie? Wo? Warum? Ich hab keine Ahnung, vielleicht hast du, vielleicht, weil du die Tote auf mich geschlossen hast. Ich brauche Instant Replay, hey. Einen Rematch machen wir noch. Ja. Und dann lassen wir es erstmal. Oh, ich bin wieder das tolle Baby. Und ich bin der Daddy. Ja, wir spielen das gar nicht so, wie man es eigentlich spielen sollte. Was, ne? Nee, das Baby darf sich ja nicht rumbringen. Oh. Ich dachte, wäre das Ziel. Also, der Vater muss es verhindern. Ich dachte, das Ziel wäre, dass der Vater endlich Ruhe vom Baby hat. Ach so, ja, das könnte natürlich auch sein. Ich meine, der Vater ist eh so ein Arschloch. Wie kann ich mich umbringen? Erstmal, erstmal dem Baby alles wegnehmen. Ja, Drecksvater, sage ich ja. Schau mich nicht so an. Au. Oh, was haben wir hier? Ah, locked. Nein! Hey! Blöder Drecksvater, hey. Aber Moment. Will ich kaputt machen. Kaputt. Irgendwo ist noch eine andere Möglichkeit. Na, nicht wieder der Ofen, das ist stillos. Ja, wenn, dann muss er da aufs Stil haben. Was ich schon umbringe. Ja, ich verstecke mich im Kühlschrank. Aber hier kann ich nicht sterben. Äh, du bist mich schon wiederzutreten. Nein! Oh, Batterien, Batterien. Geh weg, du blödes Baby. Keiner mag das Baby. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Äh. Shit. Du zerlegst voll die Wohnung, hey. Ich will da nur rauf. Ich werde nie wieder da raufkommen. Sieh was? Oh. Messer. Ist interessant, ich sterbe, wenn ich was in der Hand habe. Hey! Ich hasse dich. Jetzt habe ich es entgeben. Und ich habe es gleich hinter mir. Ein letzter Sprung. Neun letzter Sprung. Jawohl. Ja, das war vielleicht nicht so spektakulär. Ja, was hat das jetzt gemacht? Keine Ahnung, vielleicht war das noch wegen den Batterien oder so. Das ist wirklich. Ja, es ist ein... Ja. ...witziges Spiel, wo man Baby tötet. Könnt ihr ja in die Kommentare mal schreiben, ob ihr da noch mehr Folgen sehen wollt? Ja. Ich bin ja mal gespannt, was es da noch für Updates und so gibt. Gut, ähm, sag ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, teils mit eurem Freunden, Bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.